Die Jungs strahlen immer, das gibt's nicht! Bleib ruhig hier, renn nicht weg! Du bist internationaler deutscher Meister, 2019 in der Klasse? In der Klasse Men's Physik 1. Men's Physik 1, ein harter Kampf gewesen dort oben, wa? Ja, heute waren sehr gute Athleten dabei, wie jedes Jahr eigentlich auf den Deutschen. Und ich bin sehr froh auch wirklich so ein gutes Feld zu haben. Was denkst du, woran hat es jetzt gelegen, dass es für den Gesamtsieg nicht gereicht hat? Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen Geschmackssache, aber der andere Athlet sah einfach besser aus und hat auch bessere Shape. Und nächstes Jahr werde ich ein bisschen noch trockener bisschen kommen und dann vielleicht habe ich doch die Chance. Das ist eine Kampfansage, liebe Damen und Herren! Dann werden wir mal gucken, was die anderen beiden Platzierten sagen. Dir wünschen wir noch weiterhin viel Erfolg und dann sehen wir uns nachher am Athletenbankett. Ja, sehr gerne. Danke dir, ciao! Ciao, ciao!